Black Death Entertainment presents Ghost of Tsushima Ich mach mal ein bis zwei Rivalenkämpfe und dann mach mal ein Überleben und dann war's dann Also so lange will ich den Stream jetzt auch nicht mehr ziehen Beziehungsweise jetzt der neue Stream ist zwar neu, aber was soll's Weil morgens ist es so mit Resi 2 weiter geht, glaube ich, denke ich mal Jägerin, warte mal Tritisch Assassinen müsste ich halt auch ein bisschen, dass die mal die Lever mäßig hier irgendwie sind Weil zwei sehe ich halt schon eine Hausnummer hier mit meinen Rhönnen Rivalen Assassinen Ja, diese Paar Level Nee, wir machen ja immer, ich hab eben noch immer Bock hier mit Jägerin zu trotzen Ja, Rivalen, ne, schnell das Spiel Ich muss mich mal stumm schalten, weil ich habe keinen professionellen Lappen hier an hier. Kleine Püscher. Mein schon ein Skinner. Ah geil, will keiner? Doch. So weitest du gesehen. Ah, die Scheiße dauert heute auch wieder 3 Jahre. Ich weiß, du bist bei Überleben. Ist das schneller? Ah ne, haben wir schon was. Geht dich gut. Ja. Ich bin Käse jetzt näher, oder? Nicht den Scheiß. Ich will nicht die Kacke. Oh mein Gott. Ich wollte das Standardding das erste. Ah je, aber wir haben zwei Jäger. Okay. Ja super. Ich habe eigentlich mich ja auf die andere Map konzentriert. Die Geist kürzen sich in die Schlacht. Ja, gib ja die Scheiße. Ah, jetzt so, solche Pfeile. Ja, ja. Wollte zu sagen, dass du es auch noch triffst. Buy jener Floss. Bei Jener Floss ein! Warte mal, warte mal. Warte mal. Na ja, den gemeldigen Gruitzer hier! Ja, du verEs dich. Oshoh will ich ja schon wieder. Geil! die geister erfolgt den also leck du mich doch am anus ich mache einfach mal hier alle klüder mal ich glaube meine funsen ist geil ich hab dich jetzt mit ein scheiß hat man muss das jetzt sein wo ich dich sauber ob ich der schattenbastard die niemals da hinten ok 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 zap hab ich dir jetzt eine exakt scherde so jetzt aber hier verpiss dich weil das hier mit 15 sachen geteilte wunden wird kein blauer das heißt aber okay wilde gesundheitsstrafe da hinten sind 1000 die verpissen sich auch wenn man lang nichts damit wenn man lange wenn man ja die 1 sammelt verlange wartet und wie man das haben wir ja bin da 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 bin ich bei der munition aber ich bin da bin und die blogi ja ja schnauze weiter gebe ihm gebe ihm also bitte gut getroffen hat er das scheiße hier so hier habe ich zehn okay da sind andere gefühlt 1000 heist und die scheiße habe ich hier eigentlich frei und wieder ein schaden man keins man keins und revidee schafft nicht jawohl das war ein bämser in die fresse lasst mir zwei lasst mir zwei lasst mir zwei lasst mir zwei jawohl stabil da ist noch einer ich glaube die denkt auch nicht dass ich scheiße bin weil ich glaube auf jeden fall nicht dass die scheiße wir können es nun sehr gut oder jemini ja ja finzer schaden denken da haben viel spaß tausend sachen nimmst du alle was spiele okay ich habe sex ja ich habe sex weiter weiter wir haben das zweite tor ich habe keine doch genug munition für die spüche gut aus fällt mir richtig gut ist aber die seele aus wo sind die ganzen schwarzen fluchgebot im anderen wer sie gefallen ist und ino gas so wie dann haben wir da geile jägerin peinlich und jetzt auch immer eine jäger richtig peinlich so warte mal ich hau dann gleich im 10er rein jawohl ich habe ihn sehen da könnte von auftritt am arsch der welt aber fack you den lasse ich für ihre baby kobe wo ist hier ein 10er da peinlich der hammer 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 wir sind jetzt beim letzten ding alter und die sind doch immer oh my god die sind richtig scheiße die handel zwei stabil wie die schweiler ist ja mal mega geil ist ich hab zwei dinge und ja 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 da so Oh 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 Hau ihn in man Komm Wo ist der scheiss Schamane Ich hör ihn irgendwo Hä Wo ist der scheiss Schamane Hat sie denn oder? Check Sag mal Ich hör ihn doch immer Steht absolut nicht Wo der Wichs ist Da ist die Sau Jetzt hab ich der Wann wechselst du den? Boah ich flipp hier noch aus Alter knallt Wechsel die scheiße jetzt Mann Da war ich nicht so geplant Dass es so bescheuert ist Aber sie wollte die Kampffalte nicht wechseln Richtig ja kack Ich glaub doch dass ich Noob bin Riesige Gestalten Das ist der allein wirklich weiterkommen What the fuck Hä der hat sein Schatten noch immer nicht aber der ist weitergekommen Wie geht das? Jawohl Ja ja Mach du nur Sapra paras Ph aunque es gibt Fede ich dein kleines Geschenk Welche viel Spaß wo immer du bist. Wo ist der Typ eigentlich? So komm 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 komm. Einmal noch mal eine Fähigkeit. HOT ZUMONO! ZABBÄM JUNGE! Was wollt ihr eigentlich von mir? Okay, warte, 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 warte Die fette Sau kann gleich mal abgaben machen. Ja, aber gib ihm Wabberklopf. Und fertig sind wir da gut. Boah, Alter, fuck yeah! Das ist er, Bruder, das ist er! Das ist er, Mann, das ist er! Scheiße, ja, Mann. Scheiße, ja, Mann. Ja, den auch, den auch, den auch, nein. Boah, Bruder, easy win als er, das war wirklich easy. So, kriege ich was legendäres? Natürlich nicht. Schönes Spiel habe ich auch, ja, genau. Ah, der, der war noch nicht, Schatz. Also es gibt komplett das gleiche, nur wo immer das war. Easy. Und der andere ist auch Instinct geliebt. Ja, 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 kein Bock mehr, wa? Ja, ihr Schweinenasen hier. Ihr Dreckigen. Ich bin nicht mal verreckt, nämlich. 24, Alter, die hat echt viele Krimze, aber das muss ich gestehen. Ja, okay. Die war wirklich verdammt gut. Das war meine Erde, Ingo, oder irgendwas? So, machen wir nochmal. Äh, Rival, schnelles Spiel, Rival, Spam. So, während die Scheiße hier lädt, hoffentlich kriege ich es auf die Reihe, einen Trinken zu holen. Also, Moment, so. Alright, so. Ja, jetzt. Ma essenz if I be. Ich bin pronto. Ihr Willi immer wieder zu dropaika? 115. Ich bin Instrumentel er 36. Tja, also wenn ich das mal kein Timing nenne, dann weiß ich auch nicht. Die Prüfung, ist das das gleiche? Ich glaube, das ist das komplett gleiche. Okay, das machen wir jetzt, egal wie es ausgeht, Sieger oder Niederlage, scheiß drauf. Weil unterschiedlich gibt es ja nicht ganz. Und, ja, ja, und danach noch ein Überleben und dann war es das. Ein Rhön, aha. Weiß ich nicht, zwei Jäger sind ja wirklich verdammt stark. Aber Jäger und Rhön, ich weiß nicht, ja, drauf muss. Hoffentlich kann der gut schießen. Heilung mäßig weiß ich nicht, ob er mich heilen muss, weil vorhin bin ich auch nicht gestorben. So, aber ist das jetzt das gleiche? Ich glaube, ja. Okay, weiter, weiter. So, bada, bada. Okay, Party. Ach, leck mich doch am Arsch. Hey, hey, Kollege. Halt dein Maul mit deinem Dojo. Wer ist hier gefallen? Ah, der andere. Ich glaube, das ist ein Handtäter mit dem scheiß Ding. Schlag doch! Okay, keine Muni mehr. Sehr konterproduktiv. Komm, 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 komm. Zappwam! So, nämlich. Ich glaube, der muss verrecken. Jawohl. Mega. Wichser, brennt mich an. Du hast dir überall ins Gehen gekackt, du Arschloch. Oh, leck mich doch. Du nervst. Abflug. Abflug. Hat sich null gelohnt, glaube ich zwar, aber... Also, mit drei Pfeilern, das kleine Mini-Heilung... Äh, Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Leben zu wegballern, aber egal. Wozu geil sind ja die Scheiße zum Kaufen. Da hinten. Okay, so, 15 haben wir mal. Einer... Was ist 15? Das. Oh ja. Der ist aber, glaube ich, nicht so gut wie der vorher. Komm, mir vor. Wo läuft's denn hin, Alter? Hä? Immer das Erste. Oh, muh, what the? Okay, geil, aber ich hab grad null Plan, warum. Oder fast. Was? Noch nicht fertig? Geil. Okay, ich weiß nicht, was du genau da hast, aber findest gut. Komm, gegen die... Gegen die Tür fotzen, dat ist die Idee, Alter. Puh. So. Zehn haben wir. Wir sind blockiert, find ich geil. Ja, ja, dein Drogen kannst du am Arsch lecken. Ah, leck mich doch! Ich muss hier mal... Kannst du... So. Oh, leck mich. Wirklich wahr. Gar kein Bock auf euch jetzt. Oh, wir waren am ersten sehr schön. Aber, was will ich eigentlich von mir? Was willst du von mir, hä? Kommt her, Rick. Stabil. Sorry, wieder 15. Shut the fuck. Was war das hier, äh... Blö... 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 Was geben wir denn hier? Da sind die Gegner, ist die Frage. Hä? Da hinten. Schaden, ja, 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 ja. Ey, mein Pfeil geht doch... Geht nicht mein Pfeil durch... Bist du oder bin ich bescheuert? Ja, ich bin doch bescheuert. Moragot, Moragot, Moragot. Ey, der fucking Wichser mit seinem Scheiß... Giftdinger nervt auch. Ja, genau. Ihr kriegt's jetzt für ein Schatten, Alter. Ist eigentlich dämlich, weil dann haben die ewigst viele Dinge bekommen, aber... Apropos. Wo ist der fucking... Da. Alle drei. Was? Ey. Ich den da nehmen, Alter. Ja, genau. Ja, ich heiße Franz Peter, wa? Glaube der wohl. Ey, Alter. Ich flippe hier noch aus, ich seh nix mehr. Ey, waaah. I don't like this. Ich muss mal... Fuck! Kollege. Ich seh nix mehr. Ich seh nix mehr. Ja, geil. Ja, super langsam. Wiederbelebung und alles eigentlich gerade. Stabil. Au. Au. Kollege. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Passt. Gönn dir. Gönn dir, Bruder. Gönn dir. Die Geister glaubten. Ja, ich hätte es sehen. Du Schwanz. Ich hätte es sehen. Aber du mir nicht heilst. Du Stricher. Die Streiter ihres Göttlichen. Ja, wir haben es auch jetzt. Stürzten sich mit Glauben. Die schreien in ihre letzte Schlacht. Oh mein Gott. Bruder. Ja, das wird sich nix bringen. Bruder Mann. Bruder Mann. Bin ich. Ich hab's gewusst, dass der Typ bescheuert ist. Als die Bogenjägerin. Ich hab's mir gedacht. Das verlieren wir. Einer mit Profis. Vorher war es echt schön. Es war mit dem Profi. So. Haben wir das wenigstens jetzt mal. Hättest du mich nur ein Heil brauchen wir haltens instant. Wir werden gleich weit wie die gefühlt. Aber nein. Ist ja zu doof. Ja, wie wär's, wenn dir mal die schwanzlosen Arschleuch oft kommen? Ja, alter. Aber ich bleib dabei, weil einfach. Die Belohnung, irgendwann kriegen wir ja. Irgendwann Juliwitsch. Ja, doch, es geht so. Der Typ ist so scheiße. Der Typ ist echt schlecht. Kannst du eigentlich keinem erzählen. Durch ihre Klick, wir sollten ihnen die Ehren unter einer Sicht. Boah, zum Glück hört er mich nicht, weil ich will so, boah, scheiße, du kannst nix sagen. Die Geister belegten ihre Gegner mit einem... Habe ich hier meine Fähigkeit? Nee. Nichts ernst. Aber jetzt gleich. Aha, aha. Der große Fettstreif leigt für sich dem Ende zu. Aber die werde ich gar nicht hin, aber das bringt sich doch nichts. Das will man helfen mit der Fotze. Alter. Ja, bis die nächsten kommen, sind die schon irgendwo. Das ist das Problem. Ja, eben, das meine ich. Unsere sind irgendwo erst. Und die sind schon fertig. Ich weiß nicht mehr, von wo. Fuck. Ach, come on! Wir sind auch fertig. Ja, theoretisch. Ach, Bruder, es ist alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Einfach alles deine Schuld. Ja, denke ich mir auch. Echt, danke. Arschloch. 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 Ah. So, jetzt noch überleben. Leckofionski. Das wird auch machbar sein. Dreimal gestorben. Der war überall bescheuert, außer Tarnkill. Wow, Tarnkill mit den Rhöneln, verstehst du? Das war voll für nichts, was der einen Rhöneln hatte. Ich habe die meisten Kills. Fernkampf so viele. Alter, knallt er bei Dallers. Tja, der wäre Hilfe war da keiner. Na. Okay, so, und jetzt noch überleben. Oh mein Gott. Ich klammere den Erwerb. Das geht. So, was ist denn hier? Ach, da ist genug Platz. Schnelles Überleben, Platin, lässt du dich schirrt. Weil der Rest ist ja kacke. Gold ist ja lame. Platin ist das einzige, was noch irgendwie... ...die Herausforderung ist, sozusagen. Nehreisverderung. So, wenn wir jetzt auch Rhöneln dabei haben. Zweiten Jäger. Und von mir ist das Nassasina, dann... Samurai. Alles gut. Aber wenn nicht, dann ist mal... Na ja. Wenn es solche Hammel sind, die was tausendmal verrecken. Schwierig. Testverbände. Ich verstehe dieses Ding nicht, dass man hier die Mission starten kann. Aber... ...Testkalt dann oder was? Das geht mir nicht an. Ja, geht doch. Siehste. Nein, ich habe nicht stattgedrückt. Es geht aber nur bei Überleben, komm mir vor. Es geht sonst die ganz. Nicht bei Rivalen und nicht bei... Ja, okay, bei Rivalen wäre es auch komisch. Weil dann sind ja die anderen voll im Vorteil. Aber hier ist halt auch... Die anderen sind voll im Nachteil. Ach. Keine Ahnung, ich labere schon wieder Blech. Da war die sie jetzt hier. Sind wir jetzt... Ja, okay. Wen haben wir? Ist das der Anfang erst? Ja. Kann ich Start drücken? Irgendwie. Hallo? Hä? Wo seid ihr dann? Hä? Das ist mir jetzt auch aufgefallen, dass ein Fehler aufgetreten ist. Ich wollte schon sagen, hä? Äh... Ja, da war... What the fuck? Ach, die waren hinten, die waren irgendwo, die waren im Ladebildschirm gefüllt glaube ich noch. Oder what the fuck? Keine Ahnung, das war auf jeden Fall irgendwie ganz strange. Wird mal nochmal warten. Geil. Ich weiß ja auch, was ich erzählen kann. Ich weiß schon, wie ich meine. Also ja, also... Wie gesagt, morgen... Wo ist ich morgen? Ja doch, morgen. Morgen geht es dann theoretisch weiter mit Resident Evil 2. Und wenn wir das mal irgendwann gefüllt haben. Hier. Ach, du... Ja... 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 Genau, was ich vorher gemeint habe. Ich habe schon. Ja, da habe ich auch einen, habe ich. So, gut. Äh, bin da, Leute. Bin jetzt da. Jetzt geht die Party ab. Was fährst du denn immer, dass die unendlich davon gefühlt haben? Ich verstehe es nicht. Welche KI haben die? Ja, moin. Alle haben 120er. Das schaffen wir mal 100 pro. Nein, das schaffen wir vielleicht nicht 100 pro, bei einer, als der gedacht hat, nee, ich habe keinen Bock mehr. Der Rhön. Natürlich. Natürlich. Standard. Ja, könnte man schauen, wie er anschießt, ihr Wichser. Keine Muni mehr. Das ist schlecht. Mein Wogen ist unschlagbar. Ja, mein Wogen ist unschlagbar, wenn ich, wenn ich Munition hätte. Abgang. So, aber was? Du kannst nicht mal. Äh. Zapraparap. Ja, leck mich doch. Der war getroffen, trotz, trotz, äh, hier, äh, WTF? Trotz Unsichtbarkeit. Auch geil. Okay, äh, 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 kann man die Munition kaufen eigentlich? Wo ist der Scheiß? Hier. Ja, hier kann man Munition kaufen. Doch, doch, da war das. Sondern Feuer. Ja, ja, okay, die Brite. Die erste Bossfälle ist eh nicht noch so schlimm. Die zweite Bossfälle ist scheiße. Jawohl, einer ist da. Ist der Rhön? Das wäre echt geil. Das wäre echt mega, wenn der Rhön wäre. Warte, ich aber irgendwie bezweifle. Keine Ahnung, warum. Doch! Was ist los? Stabiler Mann. Äh. Wo denn jetzt? Doch von da? Ne. Hä? Bin doch zu bescheuert. Ne, da hinten. Super. Das verstehe ich nie hier. Entweder da hinten oder da. Ist es so nervig. Ja, natürlich. Die an dem Bar. Was ist? Alter, ich bin irgendwie gefühlt nie, wo die Gegner sind. Was war denn die Scheiße jetzt? Ich laufe herum wie der letzte Depp, Alter. Erstmal Überlebensspieler, oder was? Geht ja gar nicht. Ja, jetzt gib ihm, Alter. Kann nichts sein. Warum? Da würde man es ja ein bisschen hier mehr per Hand machen, Alter. Was soll denn das hier? Okay, ich glaube, hier werde ich auf jeden Fall gefühlt die wenigsten Kills haben. Das habe ich jetzt schon das Gefühl. Bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt irgendjemand verreckt wird, weil... Was ist denn der eine eigentlich für... Ah, der hat auch 118. Ja, das wird jetzt eigentlich easygoing werden, glaube ich. Schätze ich. Von mir fühl her, man. Man. Aber okay, eigentlich bin ich nicht der Einzige, was hier die Motion kaufen müsste, weil... Haaa... Okay, irgendjemand, oder? Okay, wenn... Caleb... Okay, Caleb. Caleb, bang. Okay. Mit der drauf geht das Pain. Okay. Mal jucken. Alter, einfach Gebiete, wo noch reaktiviert wird. Wir haben nicht mal eins verloren, aber okay. So, Leute. Leider, 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 Leider. Hab da Bock, hab da Bock, hab da Bock mitgebracht. Ich schon. Alter. Meine auch nicht. Meistens nicht. Jawohl. Ich habe keinen Malkoff, leider, gerade. Ich will Malkoff haben. Scheiße, ist der doch. Ja, jetzt habe ich einen, was mir auch nicht mehr bringt. Leck mich. So. Da oben, Klippe. Ich will hier aber einsetzen mit Malkoff. Was soll die Scheiße? Das geht mir immer so einfach um. Das ist ja voll der Umweg. Oder? Na ja. Relativ. Jawohl, Malkoff, einer, sein aber vor oder sonst. Geil. Ich schlitz dich auf. Ich schlitz dich auf, du Schwein. Arschloch. So, Munition, Munition, gibt eine Munition. Komm, meine Munition. Okay, fertig. Kein Feind mehr zu sehen. Da ging ja auch wieder schneller. Innerhalb von Abwehrgebieten. Aha. Na ja. Ich glaube, irgendwie gefühlt jeder pfeift auf diese, auf diese Nebenmissionsdinge, oder? Ja, endlich sehe ich sie mal, von wo sie kommen. Ist ja ein Weltwunder. So, genau. Geil. Ein Schuss. Den brauchst du. Ich sehe nichts. Ich schlage einfach mal. Mein Herbert. Mein Günther. Mein Franz. Ach, die Scheiße. So, ich meine, wenn ich hier als Einziger berücken würde. Ich sehe nichts. Okay, ich habe auch mal einen Kopf. Strand. Weiß ich nicht. Hat lohnt sich mehr. Boot lohnt sich. Oh, Boot lohnt sich. Ich gebote. Nee, keine Ahnung. Verpiss dich. Kurva. Oh, ja. Moin, Alter. Einde. Zap. Hat sich gefühlt null gelohnt. Holy smokes. Oh, Caleb ist down. What the fuck. Äh, hallo. Hallöle. Ja, genau. Jawohl. Komm, verräg, du Fotze. Er hat hergelaufen, ein Schlampe, du. Ich geb dir so viele mit, dass du nicht mehr weißt, wo oben da ist das, Mann. Siehste? Arschloch. Bosse gescheitert. Who cares? Oh mein Gott. Okay, 3,70. Ja, ich... Ich kaufe hier nur eine Scheiße, das ist Munition, scheiß auf den Rest. Wird schon irgendwie am anderen kaufen. Es sei denn, es geht Munition nicht zu kaufen. Kollegen, ich kaufe schon. Alle Dude, weil ich muss mir so klein ersetzen. Das ist mal, dass ich mal so weit bin und sag, ich brauche Munition und ich, nee. Aber ist der Wert? Nee. Ich nehme es erst das, weil ich gerade hier bin. Und danach, jetzt zwar für ihre Scheiße jetzt, wenn sie keine Munition hat, aber was soll ich machen. Bäm, paar Free Kills for me. Ich geh nicht weiter, leck mich. Die Bossfälle bin ich wieder, ganz im Hintergrund. Ist auch praktisch da mit Jäger. Als ob der noch immer nicht down ist. Nee. Büsst du am Lappen, der dritte geht, Alter. Okay. Munitioner. Voll, geil. 4-Doppel-Munition. 3-Munition, passt. Ist Boot safe? Weil es blinkt. Nee, ist es eben nicht. Oh, Jemini. Ja, da muss ich. Ey, Kollege. Mann, nicht diesen. Samma. Die falsch. Ah ja, die. Fuck. Der war ja was. Shit. So, haben wir's? Okay. Und tschüss. Alter, Kai, mal vergiftet. Geil. Alter, 68. Ich bin der dritte, äh, zweitbeste, glaube ich. Zweitbeste? Nee. Drittbeste. Hm. Na ja, gut. Na ja, gut. Ich hinsch wieder Munition kaufen. Wie viel, wie viel, wie heißt der Scheiß? Mal ganz ich hier kriege, ist echt geil. So. Okay, Munition könnte mehr sein. Wo werden hier ein Ding? Da hinten. Da hinten? Da hinten ist, glaube ich, noch eins, was ich noch nicht habe. Das da hinten, das ganz weit hinten habe ich. Da kommen die Schweine. Ja, perfekt. Oh ja, Kreen Dudes. Moin. Direkt. Den beide nicht verreckt. Was ist los? Holy shit. Oh, my freaking God. Oh, my God. Ich sehe nichts. Okay, nevermind. Nevermind. Boot geht ein bisschen mehr ab. Aber ist mir jetzt auch nicht egal. Okay, wir gehen in ein Boot. Hat der jetzt der Klee? Ja, okay, Klee, war nicht viel los. Und eigentlich. Hab' ihr alle. Was? Also ich dachte schon, die Scheiße ist vorbei. Hätten wir jetzt echt gewundert. Wo ist das abgeschlossen? Echt das? Warum? Warum? Oh, Monaco, warum brenne ich? Hör da, wir jetzt mit so Atom zünden. Ey. Ey, ich hurr war. Wozu geier? Du Hurenzonen, du dreckiger. Boah. Du mal sprichern, du elendiger. Du mininig nochmal, ne? Dick sei. Echt, mama. So, schüss. Oh, my freaking God. So. Da hinten ist da auch Munition, oder nicht? Aber da hinten ist immer Munition? Jawohl, geil. Weil das sieht man von da vorn nicht, aber da ist was. Sehr geil. Ja, weiterer Feind am Arsch der Welt, super. Wo ich gerade null bin. Aber in Ordnung. Ja, Mann, ich will auch Malakow. Da kann ich Malakow. Da haben wir Malakow. Kebab, verpisst dich. Äh, Kebab. Keleb, verpisst dich. Zack. Kein gekillt, außer den einen, super. Mann, keins. Hau ab. Zapp. Zapp. Ich denke immer, wenn ich hier jemanden, ach fuck die. Wenn ich immer kurz vor einem Kill bin, denke ich jedes Mal, dass wir die warten, bis er fast down ist und dann den letzten Schluss, äh, Schuss machen. Glaub ich jedes Mal. Weil dann ja auch hundertmal schon so war. Aber der gehört mir. Ist eigentlich voll dämlich auf dem Game, was er am meisten aushält. Dann müssen wir die anderen schon tausend Gegner legen. Eigentlich voll dämlich. Was wirfst du da? Ich verstehe es nicht. Sind das Haftbomben, also so Haftdinger, was ich auch schon mal hatte? Das Röhren, aber halt die was heilen. Aber der hat ja unendlich, der hat ja unendlich viele. Ich verstehe. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, ich habe viel Muni. Äh, viel Muni. Ja, ich habe volle Muni und Dingsbums. Aber, wie gesagt, scheiß drauf. Ich werde nur Munition kaufen. Das heißt, ich werde alles verballern. Natürlich, ich haufe mal die Munition, logischweise. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in der Runde so viele Bogen-Kills haben will, aber also für einen Kampf-Kills. Kannst du da hoch? Wäre nett. Bevor die ganzen Schweine schon wieder fertig sind und da sind und alle gekillt wurden. Hä? Sind sie schon da? Die sind wieder an der anderen Seite. Ich könnte kotzen, Alter. Alter, verarscht mich spielen. Danke. Mensch. So, ihr Wixer. Dinger da haben. So, nämlich. Verfluchte Scheiße war das geil. So, drei Schusser habe ich nach. Perfekt. Rutsch zu dem Maragov. Oh, es ist, es ist, es macht so Bock hier mit dir. Es macht so Bock. Easy, Boardswelle fertig, Alter. Zwei. Der hat ein... Ist das der? Es muss ja der... Oh, der 61 Kills sind. Ich habe safe gedacht, dass ich irgendwo ganz weit vorn bin, weil ich fernkampft Kills. Aber nein, natürlich nicht. Ich bin überall scheiße heute. Alter. Na ja. Na ja. Kleine Kellerkinder, socken ganz da, ihr Wixer. Scheiße. Warum rege ich mich immer auf? Ich sollte mich freuen, dass wir so gut sind. Aber na ja. Jetzt kommst du mir erst. Alter, Jägerin, du hast ein paar Messer und Pfeile in deiner Brust. Aber okay. Why not? Level 10, wie schnell die Scheiße hier geht. Echt nicht schlecht. So, ja, du kriegst auch gleich Munition für deinen Bogen, okay? Damit du mir schön die Kills weiter klauen kannst. So, die lohnen sich jetzt auf gar keinen Fall meine Fähigkeit. Wieso treibt ich da nur? Ich habe alle verschossen. What the fuck? Ich habe... Never mind. Never mind, Bruder. Never mind. So, Scheiße hier. Was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Hä? Zap! So nehme ich. What the fuck? Wann das jetzt gerade? Hä? 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 Burn ich jetzt! Fluch der Scheiße! Komm schon. Ich gehe immer auf den, ich weiß nicht, wie rum, ich weiß nicht, warum er damit getan hat, aber, aber okay. Okay. Und wir haben militärisch für den Vorgang, das war krampisch. Alter! Warum brenne ich? Heilige Scheiße! dann nehmen wir keine munition, i love it ok da hole ich noch die scheiße, genau ich kann ja gar nicht, ok, hat sie erledigt ich kann ja gar nicht so ewigst viele dinger kaufen, weil die werden ja sowieso erst wieder zurückgesetzt, also hier verfügbar ist denen keine ahnung wie viele wellen, oder? ja doch kann ich, passt, nehm ich äh, wo, wo brennt's denn da, oje, mir nicht mit gar keine chance, alter hm, wie aus dem nichts, alter, knallt er, richtig stabil ein paar nagelskills auch gut, die ist gut, so der kommt eh klar, strand kommt ja auch klar, die kann man eh gefühlt überall klar äh, war ich doch strand, der ist zwar allein, aber nie im leben, kommt ja nicht klar, oder? komplett, ja wow jetzt hätte ich einen easygoing kill klauen können schade wenn ich jetzt Pfeile hätte, gehabt hätte, schief schon ich jetzt mach's noch, einfach aus Prinzip ich wollte grad meine Fähigkeit noch machen meine Güte, was ist das für ein easygoing shit hier ich weiß nicht, wie es, äh, wie es ausgeschaut hätte, wenn ich von Anfang an dabei gewesen wäre ah, der guckt halt da ran Tote, keiner, kein einziges also das ist ein Caleb irgendwann und ich hab einmal geheilt fertig das ist echt krass echt krass aber wir haben ja noch ein paar Wellen äh, heiß da hinten ok ja meine auch nicht oje, meine holy shit holy shit zapapapapap, gut nacht Jutis kann hier keiner oben hier irgendwo so ein scheiß missionsding sein oh ja, okay, mach mal das ja, ich, fuck wer ist der Rhönin? ja, wer wohl wer Mensch, ich geh schon ihr Penisgeburten, ihr kollege, kollege, kollege oje äh der pisst dich, du scheiß wer, wo immer der ist ah jetzt ist scheiße geil geil wo springst du hin Keule hä ich will einfach den Hammer, aber okay so, aber das ist jetzt hier hier ist alles safe Klippe den Gaben bevor ich hab wieder letzte Loop einfach irgendwo hingesprungen und das war's auch schon, okay Jut dann wieder das übliche so ah ich kann eigentlich noch mal kaufen, aber okay also also wenn ihr eine Challenge habt mit hier Maganta hier viel Aufbau dann beste, wirklich das beste Ding überleben weil bei einem Rewinding kannst du sowieso knicken da passt dir gefühlt eine Stunde für für 10 Maganta Dingern hier einfach easy 364 einfach mal pfff why not hat doch schon 1000 glaube ich das war geil so zwei Schüsse ja naja wo gibt's hier noch was wo ich nachladen könnte keine Ahnung nein da hinten hab ich da ich glaub ich hab jetzt bald alle verballert naja solange ich dann noch volle Munition hab und voll meine Fähigkeit hab alle die gut Mama okay sind jetzt der bei der ja sind sie, sind sie, sind sie wer sind denn überhaupt wir die zwei Hammer wow Ah ne die paar Hammer ja das heißt ja auch meine fähigkeit hab ich dir den dreck sagt schere hab ich dir habe ich gesagt so haben wir auch strand ist noch ein bisschen party schalt sich aus absolut nicht dass einer vorbeigelaufen okay die sind verdammt stände tut sie sind verdammt wirklich verdammt schnell okay hier seid irgendwo noch naja schade einfach aus prinzip alle umgemäht weil ich kann so ich hab ein paar nahkampfkills mal ab sollen das hier jawohl pfeile gib mir pfeile ein pfeil geil kennt man aber man sagen sie können sie mal aufhören ich hab hunger mach mal hin wie auch zumalakow alter weiter natürlich bin ich sauch sie hingekackt meine frisse das war es leider war es nicht weil hier zwei haben wir das in alter zu zu viert nähe zu dreht auf den hammer also zu viel fährung bist du moped so wie schauen wir jetzt aus hier post der boss will ich glaube ja okay ist das die letzte ja das klingt das klingt wie die letzte ja ja jetzt nur ich habe ein fehlgeld nicht was ich eigentlich vorhatte aber scheiß drauf das war voll für nix ok keine mutter mehr ok dann scheiß jetzt aufs ding jetzt mal einfach die fähigkeit dann wenn es passt kommt verregt doch junge mein kill jawohl jemini heilige scheiße hallo löhle ich habe keine muni mehr für die scheiße da ist munition oh mein gott weil da war ein schlachtfeld hier kann ich keinem erzählen komm hoch 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 zapprapprapp zapprapprapp kill ihn das war noch immer nicht was das wir sind fertig das müssen wir einfach rein ballern der rampage macht jetzt wieder komplett die scheiße alleine man kennt's ich weiß auch nicht oh der ist fast da oben oh der ist da oben ja weil er halt alleine ist ist halt auch ein hammer ich weiß auch nicht oh bär hilfe okay äh wir sind doch ein bär wo ist der scheiß bär helfe ich nicht sehe nicht geil nimm mir mein bär gg es war so klar es war so klar was er schaffen ja das war echt easy going eigentlich so ich habe ne wir haben gleich viel aber der killer hammer ist wirklich am meisten gestorben zweimal aber der krieg fing gerade erst ja ja der krieg der krieg geht unendlich du Apfel wir haben es 30 geschafft cool schön du könntest mir auch ein schwert geben aber ok verstehe ich bei beim Jäger dass du mir kein legendäres schwert gibst das verstehe ich aber trotzdem nervt aber das obere habe ich noch nie gesehen ich habe zwei Bilderbelebungen ich habe zwei ah doch hier der eine auf dem Boot dann noch glaube ich ja doch 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 komm her der Rampage ist auch gestorben ah ok hab ich gar nicht gepeilt so direkt naja ich höre zu so easy going scheiße ah so wie viel haben wir dann ja genug Platz da wird los was los los so hier nochmal die ganze Scheiße durchschauen was ist das jetzt hier diese Stein Sprungbogen wird Kopfschüsse prallen in Richtung eines umstehenden Gegners ab ach ok also ich schieße einen ab der ist aber tot dann kriege ich einen anderen auch noch also ich verstehe das Prinzip aber das brauche ich nicht brauche ich nicht wirklich nicht ne 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 ich bleib bei meinem Drei-Bogen-Ding weil der automatische Zoom ist das beste das kann ich gar nicht treffen drei Bogen auf einmal allein so wisst ihr was ich meine genau gut das soll aber dann mal hier noch aussehen ähh warum ähh ohne ein Abwehrgebiet zu verlieren geil das geht halt nur wenn man wirkliche Profis hat und ah ja den Scheiß habe ich jetzt Stabil den nehme ich mal erst geil das ist eigentlich für Jiren passt der eigentlich auch nicht nicht direkt wo ist hä ne ne wo ist nicht mein Kopf ab ey mein Kopf ab ist der scheiß da das passt das das passt das passt eher zu weiß ich nicht Samurai warum nicht und zu Assassinen theoretisch gesehen ob ich das auch ähh ach scheiß drauf scheiß drauf und den Käse weißt du was den Käse machen wir mit dem ähh ne oh ich hasse es bin ich bescheuert bin ich bescheuert ja bin ich da so damit kann man jetzt leben ja der passt jo okay gut da würde ich sagen das war es jetzt von dem Stream jetzt kommt nichts mehr heute und ja wir hören uns dann und sehen uns dann bei ja bei Resident Evil morgen wahrscheinlich ja also bis au bis dann ciao so Alter erst mal ins Augeknochen greifen geil war keins